Hallo Leute, ich bin wieder euer Charles, ich bin hier in Köln und wir wollen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, lade ich euch ein, dann gucken wir mal ein bisschen, was hier los ist. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln und ich bin hier in Köln. Ich bin hier in Köln.